Tel Aviv minus Wegen eines einzigen Selfies müssen Miss Irak und ihre Familie um ihr Leben fürchten, Sarah Idan, 27, knipste ein gemeinsames Foto mit Israels Schönheitskönigin, deshalb erhell Sarah Morddrohungen. Religiöse Schönheitskönigin, Miss Germany betet für ihre Heter, hier lesen. Wegen der Anfeindungen und Drohungen seien Verwandte von Sarah Idan vorübergehend aus dem Irak in die USA geflohen. Ich bin weder die erste noch die letzte Person, die wegen einer Angelegenheit der persönlichen Freiheit Verfolgung ausgesetzt ist, schrieb Sarah Idan auf Twitter zur Flucht ihrer Familie. Mitte November hatte sie sich bei der Wahl der Miss Universe in Las Vegas mit ihrer Konkurrentin aus Israel fotografiert und die Bilder über Instagram im Internet verbreitet. Hintergrund ist, dass sich die beiden Staaten nicht gerade freundschaftlich zugewandt sind. Regelmäßig wandern Drohgebärden von Teheran in Richtung Jerusalem und wieder zurück. Der Umgang mit Staatsangehörigen des jeweils anderen Landes ist mehr als verpönt. Idan schrieb dazu, Frieden und Liebe von Miss Irak und Miss Israel. Die Aufnahmen lösten im Irak große Empörung aus, auch weil Idan im Bikini aufgetreten war. Lesen Sie hier, warum Miss Turkey 2017 ihren Titel wegen eines Tweets wieder abgeben musste. Sie ist eine sehr intelligente Frau, und sie hat es getan, damit die Menschen verstehen, dass es möglich ist, zusammenzuleben, sagte Miss Israel Adagantelsmann Hada Schotnus. Sie selbst hatte auf ihrer Instagram-Seite neben das Bild geschrieben, darf ich vorstellen? Das ist Miss Irak, und sie ist wunderbar. Ried Ried Untertitelung des ZDF, 2020